So, vielleicht schon. Herzlich willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen Tag gehabt. Like nicht vergessen. Danke sehr auch. Denkst du, dass wir in 2023 weiterhin günstig einkaufen können oder sogar neue Tiefstände erreichen können? Oder ist 2022 der optimale Zeitpunkt? Das, mein Lieber, das weiß ich einfach nicht. Ich würde dir keine ehrliche Meinung geben, wenn ich jetzt sagen würde, ich denke dies, ich denke das. Nein, tatsächlich bin ich da super neutral eingestellt. Das kann natürlich so sein. Kann aber auch sein, dass es in diesem Jahr schon die Tiefpunkte waren. Aber wenn wir uns den Bitcoin-Verlauf in der Vergangenheit anschauen und gucken, dass wir zum Ende des Jahres nicht immer nur All-Time-Heis hatten, sondern auch mal die Tiefpunkte. Weil wir sehen können, hier Dezember, schau mal. Das war hier um Dezember, Januar herum 2018, 2019, beziehungsweise wo wir hier den Kryptowinter-Tiefpunkt hatten. Was haben wir hier gehabt? Auch hier wieder Dezember, Januar 2015, 2014, 2015. Auch dort Tiefpunkte. Kann es sein, dass es diesmal auch so sein wird, dass wir eine kleine Rallye sehen bis Weihnachten und dort dann das Ganze wieder richtig absackt? Schwer, wirklich, wirklich schwer zu sagen. Und du wirst es verstehen, wenn ich dir gleich die zwei, drei Sachen hier zeige. Ich habe eine echt sehr schöne Sache auf Twitter gesehen. Das war ein Freund von Plan C und der hat bei Celsius sein ganzes Geld verloren gehabt. Und Plan C hat ihm da so ein Video, so eine Sprachaufzeichnung geschickt gehabt. Und er meinte, das hat vieles in ihm verändert. Also ich finde das wirklich, wirklich schön. Das gucken wir uns am Ende des Livestreams mal zusammen an, um das Ganze dann ausklingen zu lassen. Fand ich wirklich schön. Und inspiriert auch wieder die Dinge, die einem im Leben passieren, nicht immer gleich bewerten zu müssen als positiv oder negativ. Darum gucken wir uns das am Ende mal an. Ich denke mal, das wird euch genauso inspirieren oder beziehungsweise genauso fassen, wie es mich auch gefasst hat. Und ja, gucken wir uns das mal an. Das fand ich halt richtig interessant. Also der Financer hat hier Plan C als Freund sagt hier, after I lost all my cryptos in Celsius, also er hat bei Celsius all seine cryptos verloren, my friend, the real Plan C, sent me this story of a Chinese farmer related by Alan Watts. Und das ist sehr, sehr interessant. Nimmt die 90 Minuten, guckt dich das an. Also nachdem er sein Geld verloren hat bei Celsius, hat ihm Plan C diese Geschichte von einem chinesischen Bauern geschickt, der related von Alan Watts ist. Ich glaube, Alan Watts hat das erzählt oder sowas. Und es gibt 90 Minuten. Hören wir uns das mal an. Ich besetze euch das. Das ist sehr, sehr interessant. Also es gab einmal einen chinesischen Bauern und er hat ein Pferd verloren. Also er ist hier weggelaufen. Und alle Nachbarn kamen an dem Tag und haben ihm gesagt, Mensch, das ist ja schlimm. Und er sagte nur, vielleicht. Und am nächsten Tag kam sein Pferd wieder zurück und hat sieben wilde Pferde mit sich mitgebracht. Und da kamen die Nachbarn und haben wieder gesagt, wow, das ist ja toll, oder? Und er antwortete wieder, vielleicht. Und am nächsten Tag hat sein Sohn versucht, diese Pferde zu dressieren, hat versucht, sie zu reiten, ist vom Pferd gefallen und hat sich sein Bein gebrochen. Und dann kamen die Nachbarn auch wieder an und sagten, Nun, das ist ja schlimm, oder? Und der Farmer, der Bauer antwortet wieder, vielleicht. Und Tag darauf kamen Leute vom Militär und wollten die jungen Leute zum Militär einschreiben, damit sie zum Bund gehen. Und sie haben seinen Sohn nicht angenommen, weil sein Bein gebrochen ist. Und dann kamen die ganzen Bauern wieder an und fragten, Hey, das ist doch toll, oder nicht? Und er antwortete wieder, vielleicht. Das reflektiert im Fundament einen taoistischen Attitude, eine taoistische Einstellung. Und das beruht darauf, dass das, was in der Natur passiert, höchst komplexe Ereignisse sind. Und es ist sehr, sehr schwer, einzuschätzen, ob egal, was passiert, gut oder schlecht ist. Weil du niemals weißt, was die Folgen dieser positiven oder negativen Dinge sind, die passieren. Oder du wirst niemals wissen, was die Konsequenzen der guten Fortunaten sein werden. Darum, Leute, versuchen wir nicht immer, alles einzuordnen in gut und schlecht. Denn wir wissen nicht, was die Folgen sein werden. Aus anfänglich guten Dingen, die einem passiert, können wirklich schlechte Dinge folgen. Und andersrum auch. Oftmals sieht eine Sache sehr negativ aus und daraus kann etwas sehr Positives entspringen. Darum müssen wir das Ganze etwas entspannter sehen. Das Leben ist ein Auf und Ab. Und das macht es auch interessant. Das Leben wäre so langweilig, wenn es nur Positives geben würde. Das Positive würde zur Normalität werden. Wir würden gar nicht verstehen, dass das, was uns gerade widerfährt, etwas Positives ist. Immer das Gegenpol lässt uns in dem Wert des Gegenübers erst richtig sehen. Ich fand das sehr schön, weil ich mein Leben wirklich ziemlich stark danach lebe. Egal, was passiert, ich versuche das nicht als negativ zu sehen. Oder ich versuche das nicht als, ach, wieso ich? Ich nehme es einfach an. Es ist gerade so, wie es ist. Und meistens habe ich diese Einstellung, dass ich weiß, dass ich in naher Zukunft darüber lachen werde. Egal, wie schlimm das gerade aussieht. Es ist doch immer so. Die Welt dreht sich weiter, alles geht voran. Und sowohl das Positive leider, aber auch das Negative vergeht. Darum machen wir uns nicht so viele Gedanken über viele kleine Dinge, Leute. In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine angenehme Nacht. Genießt den Abend noch. Und Crypto Heroes out, Leute. Meiner Meinung nach ist Bitwavo mit die sicherste und günstigste Kryptobörse. Sie ist zudem EU-reguliert, hat eine große Auswahl an stabilen Altcoins und mit unserem Link zahlst du 0 Euro Gebühren für die ersten 1000 Euro, die du tradest. Registriere dich jetzt über unseren Link.